Hey Leute hier und willkommen zu einem kleinen Jump Force Diskussionsvideo, würde ich es mal nennen. Und zwar gucken wir uns heute mal ganz kurz die ganzen Helden an, die es gibt. Ja, alle anderen großen Anime-YouTuber haben schon darüber geredet ab 6.2. Blablabla. Rapid, warum warst du nicht dabei? Ich habe keinen Urlaub bekommen. Soll noch einmal einer in den Kommentaren schreiben, Rapid sei froh über deine Firma, wo du gerade arbeitest. Sei froh, Rapid. Ich glaube, das wird jetzt niemand mehr sagen. Ja, wir gucken uns mal kurz alle Helden an, also nur hier das Bild sozusagen. Und ich will eher mit euch darüber reden, welche Helden fehlen. Welche hätten ihr euch gewünscht? Und eine Sache noch kurz voraus, bevor wir ein bisschen in die Materie eindringen. Heute, am 12. müsste es sein, heute ist der 12. ja, bei euch. Ja, ab heute können alle der Besitzer der digitalen Collectors Edition das Spiel schon spielen. Alle anderen ab 15. Und jetzt würde ich gerne noch vorher, bevor wir zu den Charakteren, auch dazu eure Meinung in die Kommentare. Ist so etwas nötig? Ihr müsst euch vorstellen, dass es bei anderen Spielen noch viel krasser, ne? Da kommen zuerst, zum Beispiel bei EA, kommen zuerst die Origin-Besitzer rein, die Abonnenten halt von Origin, die Collectors Edition, dann die Normal Edition, dann die Playstation-Spieler, PC-Spieler, alles nacheinander. Kein gemeinsamer Release mehr. Ja, und das auch hier, finde ich ein bisschen schade von Jump Force, muss ich ehrlich sagen. Ich finde es ein bisschen schade, dass Besteller der digitalen Collectors Edition drei Tage früher spielen dürfen als die anderen. Why? Mir fehlt das, warum, ne? Aber gerne auch dazu, wie gesagt, eure Meinung in die Kommentare. Aber wartet noch, mit dem Kommentar schreiben. Bitte dann gemeinsam, also eure Meinung dazu, was ihr sagt dazu, dass gewisse früher spielen können. Und welche Helden fehlen, dann in einem Kommentar bitte. Leute, los geht's. Bevor ich euch die Helden zeige, eins nochmal kurz vorweg. Es sind Helden dabei aus Bleach, City Hunter, Dragon Ball Z, Fist of the North Star, Hunter x Hunter, JoJo's Pizza Adventure, My Hero Academia, Naruto, One Piece, Rurouni Kenshin, kenne ich nicht mal. Bei uns anscheinend nicht so bekannt. Saint Seiya, Yu-Gi-Oh, Yu Yu Hakusho und natürlich neue Helden von Akira Toriyama und einer aus Death Note. Der aber nur in der Kampagne sein wird, nicht als spielbarer Held. Jetzt kommen wir kurz zu diesem schönen Bildchen hier, wo alle 43 Helden vertreten sind. Aber wie gesagt, nur 40 davon sind spielbar. Die zwei Bösewichte hier rechts unten von Akira Toriyama, selbst entworfen, sind nicht spielbar. Und Light hier unten ist nur in der Story. So habe ich das verstanden, so wird es sein. Alle, die das Spiel heute schon spielen können, GG. Und ihr könnt es dann ja auch gerne in den Kommentaren bestätigen. Ich weiß noch nicht, ob ich das Spiel auch schon heute spielen kann. Wenn ihr das Video seht oder am 15. Keine Ahnung noch, mal gucken. Mal sehen, ne? Mal sehen. Auf jeden Fall haben wir richtig geile Helden dabei. Ich feiere am meisten Yu-Gi. Und wenn ich Yu-Gi sehe, muss ich mir schon eine Frage stellen. Wo ist Kaiba? What the fuck? Wo, wo, wo ist er? Wo, 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 wo? Ein Yu-Gi-Held? Wo, wo, wo ist Kaiba? Wo ist Seto Kaiba? Man kann doch nicht einen Yu-Gi veröffentlichen ohne einen Seto Kaiba. Das geht nicht. Aber, ihr könnt euch darauf freuen. Ich glaube, neun DLCs kommen auf jeden Fall. Das heißt, es kommen noch Arsch, viele Helden. Und darunter, glaube ich, auf jeden Fall Seto Kaiba. Also der wird auf jeden Fall noch kommen. Da haben wir noch Charakter aus Bleach, Naruto, natürlich One Piece, Dragon Ball, Hunter X, Hunter und so weiter. Ihr seht es ja eh hier. Ist auf jeden Fall ein geiler Cast. Hier auch nochmal My Heroes Academia. Auch nicht schlecht. Ich habe mal die erste Folge eingeguckt. Ist jetzt nicht so mein Anime, muss ich ehrlich sagen. Warum? Nicht disliken oder so direkt, ne? Sondern weil ich bin kein Superhelden-Fan. Ich bin kein Marvel-DC-Fan. Ist nicht meine Welt. Ganz ehrlich. Und ja, wir sehen auch Boruto hier zum Beispiel. Vegeta, alles hier vertreten. Hier nochmal Naruto. Oh, die Dame aus One Piece wird auf jeden Fall sehr viel gespielt. Die Boa Hancock, die werden wir überall sehen. Future Trunks feiere ich enorm. Vor allem Perfect Cell. Ganz ehrlich, Freeza. Wir haben schon so oft überall Freeza. Echt. Hat mich an Freeza ein bisschen satt gesehen. Muss ich ehrlich gestehen. Aber Perfect Cell. Gerne. Nehme ich. Nehme ich. Hier noch der böse Boss. Die böse Bossin. Gibt es das Wort? Aus Naruto. Und auch einige weitere, wie gesagt. Und hier halt unten die zwei böse Wichte. Die Antachronisten. Antachronisten. Die böse Wichte. Und unten unser Light. Man kann jetzt noch einen Helden hier rechts unten dazu zählen. Warum? Weil du dir einen eigenen Helden erstellst. Und das finde ich somit am geilsten. Das habe ich an Dragon Ball Xenoverse schon geliebt. Meinen eigenen Helden zu basteln. Im eigene Fähigkeiten beizubringen. Diese Fähigkeiten zu leveln. Und das ist geil. Verschiedene Outfits anziehen und so weiter. Meinen ganz eigenen Anime Charakter sozusagen erschaffen. Oder wie halt den Dragon Ball Xenoverse. Meinen eigenen Dragon Ball Helden. Ist schon geil. Ist schon geil. Also ganz ehrlich Leute. Auf den Helden. Auf den ich am meisten freue. In Jump Force. Ist mein eigener Held. Ganz ehrlich. Mein eigener Held. Wird auf jeden Fall. Der wird einen festen Platz in meinem Herzen bekommen. Der werde ich hoch leveln und hoch trainieren. Und ja Leute. Ich weiß. Ein Problem gibt es noch. Ich weiß noch nicht. Ob es einen Turniermodus gibt. Ich habe ja gesagt. Ich werde auf jeden Fall fette Turniere machen. Wenn es einen Turniermodus geben wird in Jump Force. Wo ein YouTuber. Wie ich zum Beispiel. Zugucken kann beim Kämpfen. Es bringt mir nichts. Wenn Leute gegeneinander kämpfen. Dann Screenshots schicken. Oder es streamen oder so. Nicht jeder kann streamen und so weiter. Am besten ist immer. Wenn der YouTuber. Oder der das Video halt macht. Der Turnierveranstalter. Den Leuten beim Kämpfen zusehen kann. Ich hoffe das ist möglich in Jump Force. Weiß ich jetzt noch. Immer nicht. Alles ein bisschen verdeckt gehalten. Und ja. Aber Leute. Wer fehlt denn euch in Jump Force? Also mir fehlt auf jeden Fall Seto Kaiba. Wie gesagt. Das ist mal das Erste. Das ist mal das Wichtigste überhaupt. Seto Kaiba fehlt einfach. Ich kann nicht einen Yugi. Ohne den Gegenspieler sozusagen haben. Das geht nicht. Der fehlt mir auf jeden Fall. Denke ich aber auf jeden Fall. Dass er in einem DLC nachgereicht wird. Wer mir noch fehlt. Ich glaube das wisst ihr alle. Der stärkste Kämpfer überhaupt. Keiner von diesen ist im Gewachs. Son Gohan. Aber nicht. Den erwachsenen Son Gohan. Den verweichlichten Siaman. Nee danke. Sondern Son Gohan Teenager. Super Saiyajin 2. Mehr brauche ich nicht. Dann bin ich happy as fuck Leute. Wenn ich den kriegen würde. Mega nice. Also Seto Kaiba. Son Gohan. Super Saiyajin 2. Teenager. Der fehlt mir auf jeden Fall. Der fehlt mir noch. Ich hätte halt echt gerne Attack on Titan gehabt. Aber wird nicht passieren. Aber Attack on Titan. Wäre geil gewesen. Wäre geil gewesen. Ganz ehrlich. Ich finde es schade. Das ist eigentlich ein. Ja. Dass die Helden halt nur. Ausgewählt werden. In der Show. Nen Jump. Wenn ich das in richtige Erinnerung habe. Also wo sie veröffentlicht wurden. In diesem Magazin sozusagen. Und dass jetzt zum Beispiel Attack on Titan. Also nicht dabei sein kann. Oder andere Animes. Leute wie geil wäre jetzt hier drin. Ich weiß. Ja. Aber wie geil wäre denn. Ein Riziaros zum Beispiel. Ja. Gegen Piccolo kämpft. Ich würde es feiern. Ich würde es feiern. Den Pokémon zu sehen. Ist jetzt natürlich irgendwas. Oder auch so wie. Gestern. Hatten wir. Habe ich euch eine Mod vorgestellt. In Dragon Ball Xenoverse 2. WarGreymon. Leute Digimon. Digimon. Wäre auch geil. Stellt euch vor. Ein richtig fettes. Richtig geil. Animiertes. Schwarzes. WarGreymon. Kämpft. Gegen Super Saijin Zogoku. What the fuck. Nehme ich. Nehme ich. Ich würde mir echt ein Anime Spiel wünschen. Wo es egal ist. Woher der Anime kommt. Und wo einfach alle zusammen gespielt werden können. Das wäre ziemlich geil. Egal welches Franchise. Komplett egal. Das wäre halt. Das wäre nice. Das wäre echt nice. Und. Ja. Das würde ich mir irgendwann in Zukunft wünschen. Wird Jump Force jetzt aber nicht sein. Angeblich wird Jump Force auch nicht so. Das. Krasseste. Competitive Spiel. Also wo man. Sagen kann. Ich bin der Beste im Spiel. Weil es gibt halt. Angeblich. Ich habe es noch nicht gespielt. Helden. Die ziemlich OP sind. Im Gegensatz dazu. Andere sind sehr schwach. Kann man natürlich mit Update. Und Patches. Verbessern. So wie bei uns in Dragon Ball. Legends. Aber ja. Alles noch. Zukunftssache. Ich bin sehr gespannt. Wieso. Wann ich das Spiel. Auch endlich mal richtig hart zocken kann. Aber wir werden sehr viele Videos. Zu Jump Force auf diesem Kanal machen. Also abonnieren. Lohnt sich auf jeden Fall schon mal. Ich werde auch so wie in Dragon Ball Legends. Guides. Tutorials raushauen. Was sind die stärksten Kämpfer. Die schwächsten Kämpfer. Und halt vor allem Turniere. Hätte ich halt Bock. Also mit Turnieren ist echt schwer. In solchen Games. Wenn man halt nicht zusehen kann. In Dragon Ball Legends. Kann man nicht zusehen. Das ist halt so nervig. Ich würde so gerne Turniere machen Leute. Aber müsst ihr halt verstehen. Ich muss das ja auch irgendwie. In einem Video zeigen können. Wie der. Gegen den gewonnen hat. Und ich kann nicht von jedem verlangen. Muss streamen. Kann man nicht verlangen. Finde ich. Weiß nicht. Genere Meinung auch dazu in die Kommentare. Kann man es verlangen. Von jemandem. Zu streamen. Muss derjenige. Muss derjenige streamen. Wenn er im Turnier teilnehmen will. Und in guter Qualität. Dass man zusehen kann. So wie zum Beispiel. Trimax. Das in Fortnite macht. Wenn ein Pro. In seinem Video sein will. Also dass Trimax ihm zuguckt. Zum Beispiel. Ich nur ein Beispiel. Dann. Muss der streamen. Und schön streamen. Also gute Qualität. Ton. Und so weiter. Sollte ich. Das vielleicht. Auch diesen Weg einschlagen. Dass man sagen muss. Okay. Du bist ein Pro. Du willst in ein Turnier mitmachen. Dann zeige es uns auch live. Auf Twitch. Oder YouTube. Wo ich immer. Du streamst. Ist das. Ist das okay. Sollte man das so machen. Weil dann. Weil dann. Öffnet das komplett neue Türen für uns. Dann steht einem Dragon Ball Legends Turnier. Nichts im Weg. Zum Beispiel. Und auch keinen Jump Force Turnier. Wenn man dabei nicht zusehen kann. Was ich noch nicht weiß. Also. Fragen über Fragen. Diskussionen über Diskussionen. Ist ein Video. Aber wie gesagt. Welche Helden fehlen euch? Welche Helden fehlen euch? Mir fehlen auf jeden Fall Seto Kaiba Super Saiyan 2 Gohan. Das sind auf jeden Fall zwei Helden. Die möglich sein können. Die können immer reinkommen. Warum nicht? Zum Beispiel. Wie andere Franchises. Es wird kein Pokémon. Kein Digimon. Auf jeden Fall nicht geben. Attack on Titan. Glaube ich auch nicht. Also es gibt viele Animes, die hier nicht vorkommen werden. No Game, No Life und so weiter. Schade. Aber ist halt so. Tokyo Ghoul und so weiter. Ihr versteht, was ich meine. Und leider auch schade, dass man Shinigami nicht spielen kann. Ich hätte gerne Ryuk gespielt. Ich hätte echt gerne Ryuk gespielt. Aber ich bin gespannt. Lass mich überraschen. Wie das fertige Game dann sein wird. Wenn ich es auch endlich mal zocken darf. Wie gesagt. Ich weiß nicht, ob heute am 12. Ob ich das schon spielen darf. Oder erst ab 15. Keine Ahnung. Mal gucken, wann ich einen Key bekomme. Und ja. Mit dem Video wollte ich auch nur noch klarstellen. Ich habe keinen Urlaub bekommen. Deswegen war ich nicht dabei. Leute, lasst mir einfach ein Abo da, um nicht zu einem Jump House zu verpassen. Und haut jetzt mal in die Kommentare. Ist es okay, dass Leute, egal in welchem Spiel, früher spielen dürfen als andere, nur weil sie eine Collectors Edition bestellt haben? Oder weil sie ein Origins Account haben? Ein Epic Games Account? Ist egal, welches Spiel. Ist es okay? Ich finde das eine schlechte Entwicklung. Also nicht auf Jump House jetzt nur bezogen, sondern auf alle Games. Ist für mich nicht der richtige Weg. Warum soll ich jemanden bevorzugen? Weil er 100 Euro mehr ausgibt für eine Collectors Edition? Sehe ich nicht ein. Weil in der Collectors Edition hat er ja eh zum Beispiel eine Figur dabei. Also sehe ich nicht ein, muss ich ehrlich sagen. Und auf jeden Fall, welche Helden fehlen euch? Meine, ihr habt die 5er gehört. Ich bin gespannt, was ihr sagt. Könnt ihr auch gerne mal eure Meinung abgeben zu den Helden hier. Wenn ihr sagt, boah, dieser Held zum Beispiel, voll scheiße, gehört nicht rein. Oder dieser Held, was macht der denn hier? Oder was? Was? Naruto? Haut es mal in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt. Und ich glaube, heute später am Abend kommt dann ein Dragon Ball Legends Video noch. Leute, wie gesagt, abonnieren nicht vergessen. Wenn ihr zuguckt, dann lasst doch auch ein Abo da. Tut nicht weh und mir ermöglicht es neue Sachen. Viel Spaß. Haut rein. Und ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020